Vorgestellt, Retail Company Simulator, vor Show Nummer 2 sind wir hier dran. Wir hatten letztes Mal hier so ein paar Sachen schon geschafft. Der Michael Friedrich hat auch geschrieben, was der Quatsch soll mit der EC-Karte oder mit der Kartenzahlung, dass man hier erst noch am Terminal dann noch den Preis nochmal eingeben kann. Ja, in früheren Zeiten gab es tatsächlich sowas noch so, dass man wirklich die Art und Weise glaube, wie man das gebucht hat. Da musste man dann tatsächlich das noch eingeben, den Preis. Ich frage mich nicht, wie es war. Ich glaube, das war der Kostenfaktor abhängig, dass dann diese Kreditgeschichte nicht dieses 1% hatte, sondern vielleicht nur 0,5% dadurch hatte. Ich weiß es aber nicht. Ich würde sagen, wir checken mal nochmal hier rein, gucken nochmal in dieser Runde nach, was wir noch so machen können, was wir kaufen können und mal schauen, was noch alles geht. So, dann gehen wir hier mal an den Computer. Wir hatten Verträge vielleicht noch. Unterzeichnenden Verteiler haben wir zwei. Hier haben wir noch eine Jeans und ein T-Shirt. Hier haben wir Mellis. Nochmal T-Shirts und Sulus. Das ist wahrscheinlich nochmal irgendwie sowas. Das sind aber verschiedene Level, die wir tatsächlich noch gar nicht erreicht haben. Deswegen können wir da tatsächlich noch keine weiteren Verträge machen. Arbeiter, ja, du kannst in der Vollwertung Kassierer anstellen, geht also noch nicht. Verträge hat mal Markt, da können wir jetzt gucken, was wir noch brauchen. T-Shirts, ne, wir können eigentlich bei alles bleiben. Und Einkaufswagen hinzufügen von jedem ein, denke ich mal. 103, zur Kasse gehen. Dann machen wir gleich zweimal. Wir machen gleich zweimal. Zur Kasse gehen und Kaufen Und weiter einkaufen, Ausrüstung Ja Wandkleidekabine hätten wir noch Wandregal Lassen wir mal langsam hier Kleiderständer, zweimal hier Kleiderständer Und dann haben wir noch einen dreifachen Kleiderständer Wir haben aber Kleiderständer, glaube ich, zur Zeit genug Hier gibt es noch ein Schuhregal, zweireiches Hutregal, Hutregal, da noch eine Ankleidekabine Da gibt es noch eine weitere Kasse, Lagerhausregal Das wäre noch ganz nett, glaube ich Wandregal, zweireiches Wandregal Ne, das brauchen wir nicht Das brauchen wir alles nicht Hier gibt es eine ganze Wand für 3500 Und ich glaube, da sind wir erst mit allem durch Das kaufen wir noch Fertig Ist auch da Dann können wir hier schließen Mal weiter und gibt es noch in der Vollversion wahrscheinlich Genau so ist es Bank geht auch nur da Inventar können wir noch sehen, was wir haben Und Hintergründe brauchen wir jetzt nicht Das heißt, hier sind wir auch durch Jetzt können wir mal hier das Regal bauen Okay, da ist Auch sehr schön Das Regal kann man, doch hier kann man es aufstellen Okay Zack Passt So, was ist in den Hier wäre aber noch was möglich Rosa, Gelb Sollten wir vielleicht nochmal auffüllen So viel gehen da hin Okay, die Auslage ist voll Okay Was hat man gesagt? Rosa noch, ne? Das ist voll Und ab ins Lagerhaus Und der Rest ist erstmal gut, oder? Ja Dann mach auf Geöffnet Dann müssen wir nur warten, bis die Gäste kommen, ne? Zwischendurch mal schauen, was wir noch wieder einlagern müssen, oder so Wir sind Level 3 Okay, wir müssen auf Level 5, um noch hier Verträge zu machen Ja, gehen wir mal raus gucken, was die Leute so machen, hier ist niemand Ja, guten Tag, wollen sie nicht reinkommen und wollen sich mal ein T-Shirt kaufen, dieses Lila ist total grotten hässlich Also pink Also pink, pink ist überhaupt nicht mehr aktuell Wie wäre es mal mit gelb, das wäre aktuell Sie auch, pink Ist ab Störner Machen sie ein gelbes T-Shirt Genau, sehen Sie, da sind sie doch genau richtig Und? Hören sie mir zu? Nein, sie hören mir nicht zu Sie nehmen auch noch das Rote Ist klar Und türkiesfarbenes Na super Okay Jetzt muss sie warten, bis die andere da fertig ist Okay, das geht aber flott Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir die Kasse machen Sagen wir mal 25,97 Genehmigen Was hat sie? 7,99 7,99 Ach, Wechselgeld ist 42, shit Hab ich nicht aufgepasst Ne, das war auch falsch Und So, jetzt haben wir es Und dann Wechsel Spacebar to complete the checkout Okay, haben wir Geld Wechselgeld Wechselgeld sind 2 Cent Spacebar war das Nochmal Geld Ist das ein Typ oder eine Frau? Gut, passt Achso, Karte Geld bezahlt Okay 10,01 Zweier Karte 17,98 Genehmigung Geld 2,2 Gut Schnell nachladen Was brauchen wir noch? Pink Geht nicht mehr Okay Einer steht schon an der Kasse Oh Gott Da kannst du Na, ist ja super Okay, dann geht das auch nicht Oh, was hab ich gemacht Okay Okay Karte 42,1 Karte 17,98 Karte 7,99 24,9 Bargeld 74,03 Bargeld Karte Paargeld, vier, rote T-Shirt sind alle. Ich hoffe die waren da, ne die hingen da, so ein Shit aber auch, egal, kommt jetzt so. 27, 97, oh das ist falsch, der Punkt fehlt uns da. Karte, ok das heißt, was fehlt jetzt noch, gelb. Da lang, mal gelb hier, ja sehr gut. Ok, Geld, drei Cent und 20. Auch mit Geld bezahlen. Passt, noch einer. Gelbe Shirt, 9,99. Ok, das rote Shirt wird grad nicht gekauft, weil zu teuer. Passt. Jetzt brauchen wir mal gelb und, ja gelb erstmal. Gelb ist da nicht mehr drinne. Aber hier. Passt. Kann ich die roten Shirts da wegnehmen? Drücke Enter um den Tag zu beenden. Machen wir doch erstmal, ne? Wieder Minus gemacht. Nächster Tag. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Ich weiß nicht mehr den Preis hierfür. Ach, steht der hier drauf, ne? Ich glaube 7,89 nehmen wir mal dafür und dann wird er schon passen. Und jetzt müssen wir schnell noch das blaue holen. Weil das fehlt in dem anderen Regal hier. Ok. So, erst den Karton wieder wegschmeißen. Ok. 7,99, 7,98 können wir so lassen. Das war so. Das geht alles klar. Da ist schlecht. Naja, die Kiste werfen, ja super. So, machen wir auf, mal gucken wer kommt. Das ist alles aufgefüllt, da hinten das rosa. Na ja, können wir gerade noch schnell was holen. Gut. Karton leer. Sehr gut. Das können wir jetzt hier unten reinlegen, ne? Tatsächlich geht das. Da kommt schon die erste Dame und möchte was kaufen. Ja, Level, Level 3, 331. Das ist noch nicht so. Wir wirklich prickeln, ne? Passt, kauft sie, ne? Ich habe noch keinen gesehen, dass es wieder zurückhängt. So, können wir schnell wieder was auffüllen. Gut. Läuft erst. Alles stehen da voll, ne? Okay. Kommt die Person rein? Nein. Können wir noch was nachbestellen? Anforderungen nicht erfüllt. Okay, da jetzt ein 3er. Und da brauche ich 350. Keine Ahnung, was da gut ist oder schlecht ist. Oh, jetzt geht es ernst. Jetzt kommen wieder ganz viele. Hm. Und ich habe ja gleich noch genug Ware. Wechselgeld. 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 Sollten wir jetzt, ne? Da sind noch zwei, die da sofort kommen, ne? Gelb ist natürlich nicht mehr viel da jetzt. Dahinten das Rosane weiß ich nicht. Das habe ich schlecht aufgestellt. Das müsste man mal drehen. Karte bezahlen. Komm, wir holen schnell was. Ne, der kommt noch. Es sind auch nur noch zwei gerade da. Dann kriegen wir das schon hin. Die Dame noch und dann können wir die Ware auffüllen. Drei. So, schnell Ware aufgefüllt. Rosa ist noch genug da. Gelb brauchen wir. Stopp da lang. Gelb brauchen wir nicht mehr da. Ne. Markt. Steht schon jemand wieder. Karte bezahlen. 15,98. Nochmal Karte bezahlen. Stopp. 17,97. Oh blau ist der alle. Blau haben wir noch da? Ja. Okay. Abkassieren. Level Up. Sehr gut. Karte. 19,98. 40. Gut. Da kommen wir schnell hin. Was fehlt? Das gelb oder? Komplett hier. Gelb weglegen. Kasse machen. Okay. Okay. 19,99. Passt. Oh drei Teile. Ist das dann so richtig? So viel. Keiner mehr da. Blau fehlt. Blau ist da nicht. Blau ist da nicht. Okay. Das ging jetzt alles auf das Regal. Finde ich schon krass. Rot nachbestellen und blau nachbestellen. Kann ich wohl nicht mehr. Ich muss den Tag beenden. Da steht noch jemand. Den wollen wir noch abkassieren. Die kassieren wir auf jeden Fall noch ab. 27,97. Wechselgeld. Da ist noch jemand im Laden. Zwei noch. Okay. Okay. Gut. Machen wir mal dazu. So. Wir haben Kasse gemacht. Tatsächlich. 253. Kontostand. XP halb 124 dazu. Das war ja schon mal was. Geschlossen. Das ist schon mal gut. So. Wir haben kein pink. Wir haben kein rosa. Und gelb war auch nicht mehr so viel. Oder? Oh. Da ist nur noch einer. drinnen. Aber da haben wir noch mal was. Rosa ist noch da oben. Einen. Einer drinnen. Super. So. Ist alles alle. Nachkaufen. Market. So. Haben wir schon eingeladen. Kaufen wir das mal. Weiter einkaufen. Aber Ausrüstung. Gibt es da was neues? Ne. Produkte. Ne. Haben wir auch nichts neues. Verträge. Gibt es auch andere Sachen wie Anziehsachen. Schuhe oder Hüte. Da gab es doch dann auch. Vertrag unterzeichnet. Gut. Das andere ist. Ja. Wert 400. Ich habe keine Ahnung was der Wert 400 ist. Ich muss 400 Taler dafür haben wahrscheinlich. Na. Okay. Äh. Warte. Dann müssen wir hier noch einen von. Und da noch einen von kaufen. Kann ich das auch gleichzeitig mit dem hier machen? Ich habe nicht genug Geld. Gut. Das heißt ich müsste das weg machen. Und hätte dann 60 über. Kann ich denn irgendwo einen Kleiderständer für 50 kaufen? Nein. Zur Kasse gehen. Ich habe immer noch nicht genug Geld. Gut. Ach. Jetzt habe ich das nicht gekauft. Kaufen. Weiter. Schließen. Rausgehen. Jetzt habe ich ein paar T-Shirts und kann die aber nirgends wohin hängen. Kann ich denn so wie man das in normalen Läden so macht auch hier sowas machen? Anderes Produkt. Okay. Dann geht das also nicht. Das ist schade. Gut. Gut. Ja. Jetzt haben wir geöffnet. Ne. Wir müssen noch blau aufhängen und pink. Bis die kommen können wir das noch machen. Einer hängt da noch rum. Und was war noch? Blau. Kann man blau ins Regal legen. Ja. Da kommt der erste Kunde. Wir müssten gucken, dass wir, wenn wir die 50 zusammen haben, eine 100 zusammen haben, dass wir noch ein Regal kaufen. Naja, nehmen wir gleich drei Stück. Das ist eine gute Idee. Okay. Wir könnten aber schnellstens jetzt hier noch die Kiste holen und das noch auffüllen, bis der weg ist. Gut. Haben noch blau auch noch da, wenn. Drei Stücke da genommen, oder? 23, 97. Sehr schön. 33 haben wir aber erst. 43. Fahrgeld, Wechselgeld ist. Erledigt. Wir haben 71 erst. Da kommen zwei neue Kundinnen. Sieht erstmal gut aus. Noch jemand. Rosa. Haben wir nicht da. Okay. Müssen wir nachbestellen. Blau, oder? Was war das? Wechselgeld. Wechselgeld. Gut. Haben wir noch da, sehe ich gerade. Nur da unten. Da sind jetzt noch zwei drinnen. Da haben wir gelb auch noch gerade nachgelegt. Ah, Karton ist leer. Nicht schlimm. 25, 7. Ah, 25, 7. Ja, das mit dem Vogelmotiv, das werden wir gleich managen. 183 haben wir mal. Das kriegt ihr ja wieder. Das kriegt ihr ja wieder. 25, 8. So, jetzt schnell hier ran. Jetzt kaufen. Den Ständer hier. Kaufen. Kaufen. Ja, weißes T-Shirt konntest du nicht finden, ist klar. Gut. Wo ist das weiße T-Shirt? Hier. Schlimmer ist, dass man erst immer den Karton wegschmeißen muss. 19, 98. Und das ist 15, 98. Jetzt müssen wir hier noch einen Preis dran machen. 4,98. Profit Null. Gut. Warten schon mal hier an der Kasse. D Sultan number one, both is here. Ah. Festival. Und jetzt müssen wir ja sehr sagen, bitte. Gut, alle weg. Ja, wir können nochmal einen Ständer kaufen. Ausrüstung hinzufügen, Produkte, das weiße T-Shirt noch hinzufügen. Kaufen. Geht nicht. Nummer einmal. Tag beendet. Tag beendet. Ja, das ist ja wieder super mit dem Tag beendet. Ja, durch sind wir. Enter soll ich drücken, damit der Tag zu Ende ist. Wir haben 426 Miese gemacht, 99 Punkte geholt. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt mal bei den... Nein, sind wir noch nicht. Einfache türkiswarbene T-Shirts haben sich geändert. Wir müssen aber erstmal Ware haben. Haben wir noch was im Regal? Ja, türkisfarbenes. Auch leer. Müssen wir bestellen türkisfarbenes. Rosanes. Hätten wir noch. Ist aber nur eins da. Okay, Regal ist voll. Fast erst. Das Gelbe. Voll. Weg. So, Gelb haben wir genug. Das andere fehlt uns, glaube ich. Das Rosane war auch nicht ganz viel. Verträge. 4 und 400 habe ich aber nicht. 143 habe ich nur. Naja, ist egal. Marktplatz. Haben wir schon eingekauft. Ich glaube Gelb hatten wir genug. Und den nochmal auch zur Kasse gehen. Du hast nicht genug Geld. Nimm den mal raus. Du hast nicht genug Geld. Nimm den mal raus. Nimm den mal raus. Wieso habe ich so wenig Geld nur? Nimm den mal raus. Und das kaufen wir jetzt. Jetzt müssen wir das Regal aufbauen noch. Und da kommen jetzt die weißen T-Shirts noch dran. Da hinten waren ja die bunten, oder? Ja. Schmeiß das weg. Gelb war schon aufgefüllt. Leg das da hin. Hier müssen wir den Preis noch ändern. Machen wir mal 7,98. Genehmigen. 9,99. 9,99. Kostet alles 9,99? Nee. Hier sind die günstigeren Sachen. Gut. Geschäft öffnen. Mal gucken, wie viel Geld wir zusammen kriegen. Jetzt haben wir gerade nichts. Tja. Ist aber schon 35 Minuten das Spiel. Und ich habe bis jetzt wirklich nichts Neues festgestellt. Also pfff. Eigentlich kannst du... Ja, es ist langwierig. Und wenn es denn besser ist, weiß ich nicht. Ich könnte ja mal vielleicht... Folge 3 machen wir noch. Vorschau 3 machen wir noch, sage ich mal. Ich spiele mit weiter und wir gucken uns dann an, wenn ich weiter gespielt habe, wie es dann aussieht. Oder? Machen wir so. Jetzt hier ist ja gerade Flaute noch. Und naja, es ist früher am Morgen bestimmt. Ich würde sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Richtig damit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.